Liebe Freunde der kreativen Kirche, ich fühle mich euch sehr verbunden, insbesondere auch durch die Lieder, die ich in der vorösterlichen Zeit durch euch kennengelernt habe. Ich möchte für euch ein Lied singen, ein Liedgebet, das ich bisher immer nur in mich hineingesungen habe, wenn die Not größer wurde. Ich glaube, es ist an der Zeit, es auch einmal aus mir heraus zu singen. Und ich bin mir sicher, bei euch findet es offene Ohren und offene Herzen. Gott, wo bist du? Machst du deine Augen zu? Oder sollen wir nicht verstehen, was wir mit unseren Augen sehen? Gott, bist du da? Bist du uns noch immer nah? Sehen wir deine Zeichen nicht, blendet uns das eigene Licht. Gott, bist du hier? Teilst du meine Angst mit mir? Machst du dich für uns so klein? Passt du in ein Herz, das Hilfe ruft hinein? Ostern kommt. Auferstehung. Hoffnung.